gerade deine brownies und so warte mal dann reiß mal ich tue sie wieder anloten und dann reißt du hier bis zur wand weg dass sie wieder rein kommen ja hier ist doch den eingang mehr ja den musste ich gerade alles weg machen das wäre alles im arsch gewesen warte ich mach dir jetzt hier frei wir wollen hatte naja da stellt sich's genau davor er kommt na gut die zwei musste ich jetzt töten aber die hier will aber die wollen auch nicht alle ist das dumm ja ist das rückwärts zu mir hallo ja mein hier ist noch ein grau das müsste noch das kannst du töten ja mal so so bitte noch schön halten das dauert kurz also ich brauche nie der schaute schön zu mhm weil das schon weh ist was auf den zoo kommen würde so und du stirbst auch frei lassen oder warte 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 ich gucke lieber nochmal schnell ich will ja nichts dem zufall überlassen hier hinten der taun könnte einen später weg dann ja warte 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 ja eben das wie noch machen warte das mache ich noch schnell immer noch nie warte und den hier auch noch und den noch so jetzt könnte es eigentlich passen ja sieht gut aus so na gut da kann der taun hier eigentlich weg ja der kann auch weg das war ja nur vorübergehend ach so so warte hier ich bereite alles vor und go so ach ein stress ja schlimm echt schlimm mit den Viechern naja gut dann kann ich hier den letzten Zaun auch weg machen jetzt ist der Schafstall zwar kleiner als der Kuhstall aber ich denke das kann man irgendwann mal ausbessern ausbessern haben die noch ein Tor ja ich habe sogar zwei einstecken die Schafe haben einen viel heftigeren Fluchtinstinkt würde ich sagen das kann sein ich weiß nicht ob da große Unterschiede dazwischen sind oder weil die Schafe einfach glüger sind als Kühe sind sie aber nie weiß ich nicht aber Kühe können ja nicht schwimmen eben das hat ja viel mit Intelligenz zu kriegen ja sehr viel so jetzt kommen mal die hier zum Einsatz hm was ist denn jeder Eingang? hier ok dann wird das es war falsch oder ist es nicht so schlimm? ne war richtig na passt ah doch das war falsch mhm so war es richtig so war es richtig so war es richtig dann das nämlich so genau und dann so war es schon was ja weiß ich boah Wassereimer und ne Wasserquelle ne unendliche Wasserwelle haben wir hier naja super die ist mir ein bisschen zu weit weg tickt zu weit ja dann tickt zu weit weg ich muss mich da selber eine basteln dann bastelt die halt dann nur ab oder so zack 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 ähm die kommt äh gibt ja dreierquellen ne hm ne die dreierquellen haben wir hier zum Beispiel mhm mhm die braucht zwei Eimer pfff ich glaube ich weiß es nicht muss ich mal ausnahmsweise passen wie immer also ne ne ausnahmsweise ganz leicht bei Uni immer ach das kann ja auch ein Durchgangsstall sein nein warum nicht? nein würdest du es doch anbieten? nö wir haben ja gut gefüllt den Eimer äh was wollte ich denn jetzt ah jetzt weiß ich was ich wollte nichts genau ich wollte einfach nichts tun so wie immer ja nicht ähm jetzt muss ich hier hin und in die Mitte weiter tauschen das ist ja ein super unendlicher Brunnen ach da muss ich ihm aus der Mitte zapfen ja ok also von dem hier jetzt zapfen mhm ja da kommen wir aus dem gleich wieder einmal da und einmal da wie es im Stall so üblich ist die Tränke wird das warum auch immer wir hier ne Tränke brauchen aber es ist die Tränke ja das müssten sie eigentlich auch noch einbauen dass Tiere Wasser brauchen ja sonst ist es ja nicht realitätsgetreu realitätsnah ja dün 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 mal hier wieder Wasser und da und da ein Wasser wieso hast du hier hier unten ist Glowstone Scheibenkleister egal mit dem müssen wir leben mit dem ehen Glowstone wir haben äh eine Lichttränke und hier da fehlt immer noch eins zack so und jetzt hier und da da und da eigentlich war das blöd ich das jetzt gemacht habe weil weil das blöd war ja ich weiß noch nie ob wie sich das Wasser verhält wenn ich es dann später zusammenstelle jetzt mal mit den vieren dann die direkt daneben ja doch geht sehr gut und zack 5 6 7 und und weiter 1 2 3 4 juhu wir haben sich illegalerweise verbunden nein ja das ist eine illegale Gesellschaft ja du musst ja unbedingt diesen Weg fertig machen sonst bin ich nicht glücklich ist der wieder drauf äh so machen wir das so ich bin heute beide ziemlich beschäftigt aber wir versuchen unser bestes mit mit reden achso ja ne ich habe ja vorhin viel geredet wo du ruhig warst naja mit deinem Niveau lass ich mich so ungern herab ach du hast ein fußball zu legen das ist sehr schön da kannst du endlich weiter durchlaufen das ist richtig auch eine super Idee ein fußball zu legen ist schon mal eine sehr super Idee ich frage mich wie du da rauf gekommen bist na da hättest du jetzt anstatt in den äh ins lagerhäusel auch pennen gehen können ne ja ich muss erst hier was machen mhm warte mal dann muss ich jetzt gerade überlegen oje das dauert noch so das haben wir dann muss ich hier mal ganz hoch und dann muss ich hier nicht zur Wolle doch Wolle kann ich auch nochmal kurz ach Mist der geleckt und dann brauche ich Toll ich brauche Toppel dann brauche ich hier brauche ich noch irgendwas so und das dürfte mir schon reichen ahhh ich brauche noch was oh ja und fertig gehst du jetzt pennen? ja endlich bin ich bin ich oft bald fertig hier also die Außenwände stehen und das Dach wird ganz wunderschön wow ja wird's ja das glaube ich nicht doch das wird echt schön das Dach ja wird nämlich ein Panoramadach also aus Glas ja wow süßes Zimmer naja muss ja schön sein muss ein moderner Stall sein ja für die Kusen und die hier hast du das Glas vergessen ich habe nirgendes Glas vergessen ne hier ne das ist er durch die Sprengung gekommen so und dann hast du aber hier beim Show eingestellt musst du auch noch Glas ausbessern das stimmt ja ich möchte leider recht geben ja sag ich doch eins zwei drei vier und eins zwei drei toll hm 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 ja ich habe das ja auch ernst gemeint ja das glaube ich sehr aha aha aber warte mal ich kann nicht mehr auch selber bauen schon wieder mein Inventar voll der Feuerstein in Bräuni Fred brauche ich jetzt nicht verstehe ich wieder nie äh wer ist denn Fred? ja wer ist denn Fred? Fred Feuerstein kenn ich nicht hm 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 so und dann das hier hin und das und hier hin erst mal der Weg verschönert hier damit das auch wieder schick ist und dann kommt hier ein Schild dran ich brauche jetzt hier ich brauche jetzt hier Erde nein das war aber falsch das war falsch das war falsch gieß das kommt hier hin das kann weg hm hätte ich das doch vorhin lassen können aber dann mache ich es eben so aber dann mache ich es eben so ist ja jetzt nie so wilde die wilde Hilde Pöööööö wühw über geht's hier einfach gerade durch würde ich sagen äh, äh, öh, hier hier muss es gehen geht es hier lang genau zu dem weg hier den gesprengten wegen sehr gut kann hier jetzt wieder kies rein und jetzt muss das ja hier irgendwie wieder zusammengeführt werden ja ich überlege gerade nur wie du hast du noch einmal dabei noch fünf stück kann ich mir in geben das kommt vorbei warte bitteschön mit die wege hier zusammenführen